Die Ukraine. Nach Ausland der flächenmäßig zweitgrößte Staat in Europa. Trotzdem wissen wir relativ wenig über das Land. Das ändern wir heute. Einen Tag lang begleiten wir eine ukrainische Familie und finden heraus, auf welche fünf Dinge ein Ukrainer im Alltag auf keinen Fall verzichten kann. Kiew, die Hauptstadt der Ukraine. Knapp drei Millionen Menschen leben hier. Wir besuchen Familie Schurin zu Hause. Guten Morgen, willkommen in der Ukraine. Es ist Sonntag. Studentin Susanna startet den Tag zusammen mit ihrer Familie. Das sind Bruder Dania, Vater Sergej und Mutter Natalia. Besonders wichtig, ein ausgiebiges Frühstück. Neben Vareniki, mit fleischgefüllten Teigtaschen, gibt es Sapikanka, eine Art Quarkauflauf. Sapikanka ist das traditionelle Sonntagsfrühstück. Nach dem Frühstück macht sich Susanna auf den Weg in die Stadt zum Shoppen. In der Ukraine haben die Geschäfte sieben Tage die Woche geöffnet. Viele Ukrainer nutzen den Sonntag zum Einkaufen. Auf dem Weg stoßen wir gleich auf das erste Ding, auf das Ukrainer auf keinen Fall verzichten können. Die Marschrukty. Ganz spezielle Buslinien. Ich will den Bus nehmen, ohne zur Haltestelle zu laufen. Das funktioniert auch so. Und tatsächlich. Der Bus hält auf Susannas Winken hin einfach am Straßenrand, auch ohne Haltestelle. Bezahlen muss Susanna direkt beim Fahrer. Umgerechnet 25 Cent. Dafür kann sie so weit fahren, wie sie möchte. Der Name Marschrukty stammt übrigens vom deutschen Wort Marschroute ab. Marschrukty sind das Verkehrsmittel in der Ukraine. Ihr großer Vorteil gegenüber normalen Bussen und Straßenbahnen? Die Marschrukty haben zwar auch eine festgelegte Route, aber man kann sie fast überall anhalten. Super praktisch. Allein in der Hauptstadt gibt es 150 Linien. Rund 40 Prozent der Kiefer nutzen die Marschrukty täglich. Aber die Beliebtheit hat auch einen Nachteil. Die Busse sind meist gnadenlos überfüllt. Wir haben Glück, dass heute Wochenende ist. Unter der Woche wäre es unmöglich, einen Platz zu bekommen. Bemerkenswert? Beim Fahrpreis schummelt keiner. Kommt man zum Zahlen nicht mehr nach vorn durch, wird das Geld einfach durch den Bus gereicht. Und die Marschrukty sind nicht die einzige Besonderheit in Sachen Verkehr. Wer in der Ukraine seine Strafzettel innerhalb von 10 Tagen bezahlt, bekommt satte 50 Prozent Rabatt. Ein System, das 2020 eingeführt wurde, um die schlechte Zahlungsmoral der Ukrainer zu verbessern. Der Bescheid kommt per App aufs Handy und man kann sofort online überweisen. Seitdem zahlen immerhin knapp 80 Prozent der Ukrainer ihre Strafe pünktlich. Doppelt so viele wie zuvor. Studentin Susanna hat inzwischen ihr Ziel erreicht. Wer aussteigen will, muss dem Fahrer Bescheid geben. Hier bitte halten. Sonst kann es passieren, dass der Bus trotz Haltestelle einfach durchfährt. Die Marschrukty sind zwar etwas speziell, aber es ist die beste Möglichkeit, sich in Kiew vorzubewegen. Ihre Shopping-Tour führt Susanna zunächst in den Supermarkt. Die Familie ist am Abend eingeladen. Dafür besorgt Susanna noch eine Torte. Und die kauft man in der Ukraine nicht beim Konditor oder Bäcker, sondern aus dem Kühlregal. Das ist schwer, sich zu entscheiden. Ukrainer lieben Süßigkeiten. Dementsprechend riesig ist das Angebot. Susanna entscheidet sich für den Klassiker, die Kiew-Torte. Sie besteht aus Baiser und Buttercreme. Es gibt sie seit über 60 Jahren. Damit kann man nichts falsch machen. Es ist die bekannteste Torte in der Ukraine. Viele nehmen sie sogar als Geschenk ins Ausland mit. Beim Zahlen lernen wir dann das nächste Ding kennen, auf das ein Ukrainer nicht verzichten kann. Der Glücks-Kassenzettel. Sozusagen der ukrainische Glücks-Keks. Damit die Kunden ihre Kassenzettel gleich anschauen und es später keine Reklamationen gibt, hat sich die Supermarktkette etwas einfallen lassen. Es steht immer eine Weissagung drauf. Laut ihrem Kassenzettel hat Susanna diesen Monat eine große Feier zu erwarten. Glaubt sie auch dran? Ich glaube schon dran. Die Zettel, die mir am meisten gefallen, sammle ich sogar. Und damit ist sie nicht allein. Denn die Ukrainer sind sehr abergläubisch. Ich lese die Zettel immer und sammle sie auch. Heute habe ich einen über die Liebe. Nur die Zeit weiß, wie wichtig Liebe im Leben ist. Ich glaube daran. Ich lese sie immer. Ein weiterer positiver Nebeneffekt. Der Glücks-Kassenzettel? Die Leute freuen sich immer, wenn die Weissagung interessant oder positiv ist. Und haben dann gleich viel bessere Laune. Der Glücks-Kassenzettel. Eine Idee, die bei uns sicher auch gut ankommen würde. Während Susanna shoppen geht, kümmert sich Mutter Natalia um die Essensvorräte der Familie. Sie macht Sakrutki. Das ist eingelegtes Obst oder Gemüse. Früher konnte man Gemüse und Obst nur zur Erntezeit kaufen. Damit man auch in der restlichen Zeit etwas davon hatte, vor allem während der harten und langen Winter, wurden die Sachen eingekocht. Eine Tradition, die sich bis heute gehalten hat. Dafür braucht sie dieses Küchengerät. Das Wichtigste ist dieses Teil. Ohne das kann man kein Sakrutki machen. Was es damit auf sich hat und auf welche anderen Dinge Ukrainer ebenfalls auf keinen Fall verzichten können, dazu gleich. Zurück in die Ukraine und zu den fünf Dingen, die jeder Ukrainer im Alltag braucht. In Kiew ist Mutter Natalia gerade dabei, Sakrutki, eingelegtes Gemüse zu machen. Eine Leibspeise der Ukrainer. Dazu bereitet Natalia einen Sud vor. In den kommen Essig, Salz, Zucker und getrocknete Gewürze. Jede Familie hat ihre eigene Rezeptur. Ich habe es von meiner Mama. Den kochenden Sud gießt Natalia über die Tomaten. Dann kommt auch schon unser Ding Nummer drei zum Einsatz. Der Dosen-Schlüssel. Den gibt es wirklich in jedem ukrainischen Haushalt. Der Deckel hat innen einen Gummi. Und wenn man den Deckel zusammendrückt, ist das Glas danach luftdicht verschlossen. Und das funktioniert nur mit dem Dosen-Schlüssel. Dazu setzt Natalia ihn auf den Deckel. Ich drehe den Schlüssel. Dadurch wird der Deckel von oben und von der Seite zusammengedrückt und das Glas ist wie eine Konservendose verschlossen. Man muss mehrmals rumdrehen. Geschafft! Der Deckel ist zu, jetzt dreht man in die andere Richtung, um den Dosen-Schlüssel wieder abzunehmen. Zum Schluss prüft Natalia noch, ob der Deckel auch wirklich dicht hält. Deckel und Dosen-Schlüssel verschließen die Gläser so dicht, als wären sie maschinell abgefüllt. Zum Öffnen der Gläser braucht man dann eine Art Dosenöffner. Serviert wird Sakyrtki am liebsten zusammen mit Salo, Schweinespeck. Der Speck gilt übrigens als Grund, weshalb Ukrainer Christen sind. Zu Kriegszeiten nahmen die mongolischen Tataren, die Muslime waren, nach ihrem Sieg alles mit. Bis auf die Schweine. Um nicht zu verhungern, beschloss man, ein christlicher Staat zu werden. Und so Schwein essen zu dürfen. Am späten Nachmittag machen sich Susanna, ihr Bruder Dania und Papa Sergej auf den Weg zu ihren Bekannten. Für die optimale Wegfindung nutzen sie die Navigations-App Waze. Denn die hat in der Ukraine eine ganz spezielle Zusatzfunktion. Es ist nicht nur ein Navi, es warnt. Genau, es warnt vor Schlaglöchern. Die Straßen sind nämlich meist ziemlich schlecht. Unser Ding Nummer 4. Die Schlagloch-Warn-App für ukrainische Autofahrer unverzichtbar. Egal ob Stadt oder Dorf, die Straßen sind voller Schlaglöcher. Harte und kalte Winter, überladene LKW und chronischer Geldmangel in der Staatskasse sorgen für katastrophale Straßenzustände. Viele der Schlaglöcher sind so groß, dass sie einen reifen Platzer oder sogar einen Achsenbruch verursachen können. Die Aktualisierung der Schlagloch-Meldungen übernehmen die Nutzer selbst und helfen sich so gegenseitig. Es passiert immer wieder, dass Leute nicht aufpassen, in Schlaglöcher fahren und dadurch eine Panne haben. Es kostet Zeit, bis man dann das Rad gewechselt hat. Man verspätet sich. Aber zum Glück haben wir dieses Navi, das uns davor warnt und so vor bösen Überraschungen bewahrt. Sogar die Polizei nutzt die App, um vor Unfallorten oder anderen Straßenbehinderungen zu warnen. Auch sonst stehen die Ukrainer auf Apps. In der Staats-App DIA können die Ukrainer Ausweis oder Führerschein digital abrufen, ohne dass sie die Dokumente mit sich führen müssen. Die Echtheit wird durch einen QR-Code überprüft, der Polizei und anderen Behörden auch alle relevanten Daten über die Person anzeigt. Am frühen Abend erreicht die Familie ihr Ziel. Auf den letzten Metern zum Haus der Freunde wartet noch eine brandneue ukrainische Besonderheit. Warum ist es plötzlich so hell geworden? Das sind ganz neue Fußgängerüberwege. Die haben diese spezielle Beleuchtung. Unser Ding Nummer 5. Die dimmbare Straßenbeleuchtung. Sie kommt hauptsächlich an Fußgängerüberwegen zum Einsatz. Die Laternen sind mit Bewegungsmeldern gekoppelt und werden extrem hell, sobald sich eine Person oder ein Auto nähert. Die Leute fahren leider meist zu schnell. Diese Beleuchtung hilft, rechtzeitig zu reagieren, zu bremsen und einen Unfall zu vermeiden. Ein Drittel aller Unfälle in der Ukraine sind auf zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen. In vielen Wohngebieten gibt es deswegen die dimmbaren Laternen. Das spart jede Menge Strom und sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit. Die Schorins genießen jetzt den Abend bei ihren Freunden. Und wir wissen ein bisschen mehr über die Ukraine und ihre Besonderheiten. Danke.